Zum spülen. Eieiei. Da war ich nicht da. Oh cool. Ja. Surveillance network restored. But keep your eyes peeled. We've detected vulgis movement near by. Das ist auch Bolt. Du kleiner Schandhaufen du. Wie ein Holz auf Holzressen. Ein leichtes Stück. Oh Junge. Die werden Granaten richtig geil. Da bin ich halt die liebende Granate. Boom. Double jump. Okay. Ist das was so nachkollegieren? True. Ist er auf, Bolte? Christ. Those bastards look like a horde of Cockroaches. Hurry up and get out of there. Cockroaches. Mhm. Nice cock. Okay. Bitte immer wieder gerne. Defendant. The Detector is transmitting information. But it is surrounded by enemy troops and will soon be deactivated. Reloading. No, T5. No, T5. No, T5. I'm sorry. No, T5. No, T5. It's not a good thing. It is verybrainer. No, T5. No. No, no. No, T5. No, T5. Aha, Verteidigung. Ja, da kommen meine Fähigkeiten ein bisschen handy. Ja, schon. Oh, das ist der Eximus gewesen. Kommen wir den nur von da? Ja, kommt der nur einseitig. Okay, jetzt komm mal weg! Kommen wir zu. Oh, das ist ein bisschen. Ja, ich hab in den Out. Ja, ich hab in den Out. Da ist es wieder von mir zusammen, dass wir hier rauskennen. Auf dem Starr oben ist ein Scharfschütze gespawnt. Naja, die werden da wohl hingehören. Das ist ein Sniper. Was passiert in dem Stream? Ungelaufen, gesprungen. Nichts, oder? Cheater. So fucking fast. Rein da aber durch. Ohne. Oh Gott. Jetzt geht's los. Zeug, jegg bei dir. Sehr. Ich glaub das ist, weil das geglaubt worden ist. Die Umgebung. Ich hab Level 10 gewähr gekriegt. Oha. Das ist eine Schrotflinte. 2300 Schaden. Die Anwohner neben den Vespers haben temporär zurückgekehrt. Oh shit. Wölfter. Descendant, nicht vergessen über deine Hauptmission. Du musst diesen Relik finden. Wir haben das vorhin verletzt. Das ist ein verletztes Volgus-Movement näher der Hill of Miracle. Geh und sieh, welche Informationen du findest. Descendant. Ich werde mich von hierher entfernen. Alpha's Channel könnte kompromisiert werden. Es gibt eine Chance, dass die Linie reaktiviert wird. Ich bin gespannt, wie gut die Waffen sind, die wir haben am Ende der Beta. Genau gleich. Nein, das glaube ich nicht. 20.000 Bewertungen. Die Architekten von Ingris. Etems, die von den alten Tagen verlassen wurden. Einige dieser Reliken sind hochgekehrt. Die Architekten haben die gefährlichen Etems in der alten Boxen gesammelt. Die Architekten haben die meisten gefährlichen Etems in der alten Boxen gesammelt. Die Schade ist ein bisschen arg. Er ist ja eine Schrotflinte, oder? Deswegen... Big Boom. Ich weiß nicht, die 2300er Bewertung spielt man halt auch. Die knallt rein. Schei verdammt aus. Boah. Ich mache das weg. Oh, das gibt es. Was ist das für Waffe? Das ist super, wir haben einen Klasse spawnen und einfach von meinem Stomp gewonshottet werden. Das ist jetzt so belastend für die. So ihr Motherfuckers, weg mit euch. Hungriger Hund, schon wieder. Was ist denn Hund? Da Level 10er, Max Schild ist erhöht worden. Woher da? Seppalala. Was ist das? Der Song ist heftig. Du kannst dir so ähnlich vorstellen wie das Video, was ich dir vorhin geschrieben habe. Mit Luca Maverick? Nee, gleich in Benzema. Ah, true. Äh, ich kriege goldene Runen. Wo ist das? Als man es hier drückt hat, da ist es noch drin. Alter, das ist noch vor allem. Kleiner wurde vor 20 Minuten aktualisiert. Warte. Das ist eine Durchmeldung. Spiel wurde, muss neu gestartet werden. Oh Junge. Subtit. Jetzt. Uah. Hä? 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 Okay, wir müssen uns noch Sachen verkaufen, wenn ich die Zeit habe. I think I need to lose some weight. Don't you think? Mother, Scharfschützen gewährt 1.960 damage. 7,890 damage. Vielen Dank.